Und damit hoffentlich Willkommen zurück. Blub, blub, blub. Schaut doch gut aus. Also, den Planeten, den vernichten wir gerade. Oder besser gesagt, wir clearen ihn. Vorhang auf für meine neuen Schmuckstücke. Wir haben eine feindliche Kolonie erledigt. Perfekt. So, dass hier die Feindkultur zu sehr vorherrscht, ist mir ziemlich auch egal. Die Planeten werden zwar nett zu haben, muss jetzt aber nicht sein. Also, das ist jetzt Bonus. Wir haben doch nur Bonus und Gutes. So, hier kann man noch ein bisschen was machen. Hier zum Beispiel geht noch ein bisschen was. Mehr Kristalle benötigt. Bereit für das Kommando. Hier geht noch was. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Naja, die Energieanstiege schon wieder. Kenn ich doch. Kenn ich doch. Planetenentwicklung abgeschlossen. Schon gesehen, schon erledigt. Nicht ausreichende Metalle. Na jetzt aber. Mehr Kristalle benötigt. Geben Sie den Befehl. Alle Geschütze bereit. Also, ich habe hier schon eine krasse kleine Flotte. Da ist schon einiges dabei. Reparatur gefällig. Meine Roboter sind bereit. Reparatur-Dronen-Zerstellungs-Roboter. Botter-Botter. Bot-Bot-Bot-Bum-Bum. Passt. So, jetzt schon wieder. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ein Blödkopf. Planetenentwicklung abgeschlossen. Unser Planet wird belagert. Äh, unwichtig. Nicht ausreichende Metalle. Hey, wir haben Kristallmetall. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wo sind denn die beiden? Ja, ich würde ja die Dinger wahrscheinlich schaffen. Aber muss ich da jetzt reingehen? Wer braucht Luftunterstützung? Eigentlich nicht. Außerdem hat es ja noch einen Planeten dazwischen. Ich mache das jetzt so. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Wo denn? Oh, das muss aber nicht sein. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Alle Geschütze bereit. Naja. Das ist eine Einheit. Also mit einer, mit einem Schiff sollten die Gausskanonen fertig werden. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Schauen wir doch mal. Geld gibt's. Das passt also. Planetenentwicklung abgeschlossen. Wir sind bereit. Ich werde den nicht versagen. Und dann da hoch und dann übers Wurm noch dort hoch. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Aber langsam wird's, wird's eng für ihn. Und dann definitiv besser für mich. Wollen wir mit den ganzen Novellitkanonen. Berechne Sprungkoordinaten. Und zu reichen das Metall. Und zu reichen der Finanzmittel. Aber später werde ich ganz viele Novellitkanonen haben, denke ich mal. Auf den Sprungantrieb. Und dann kann ich da auch überall. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Ja und hier muss er sich eigentlich schon wieder zurückziehen. Das ist nicht gut, was er da macht. Würde ich jetzt mal behaupten. Die Musik ist halt echt gut. So, jetzt kommt dann mal die Verstärkung. Und dann ist Schluss. Bam, kündigt sich auch schön an. Kündigt sich immer sehr schön an. Wir haben ein Problem, dass die Kräger. Ich hab so einige Probleme. Einsatz bereit. Die Straccius. Was sind das? Schlagkreuzer. Sehr dünn. Aber es scheint zu gehen. Alter, das sieht alles ganz gut aus, würde ich mal sagen. Wir haben ein Problem mit dem Kräger. So. Novalid-Kanönschen. Pass. Ihre Befehle, Kommandant? Passt doch wunderbar. So, am Aufnehmen sind wir. Der Gegner kommt an uns vorbei. Ja, das sehe ich. Da kommt wirklich keiner vorbei. So, was sind jetzt meine, meine schnicken und schnuckländigen Dingsis? Die Jagdgeschwader machen wir immer noch, oder wie? Bauwerk komplett. Sie haben ein Problem mit dem Jäger. Unglaublich. Ich tue gar nichts für dich. Blödkopf. Ne, ne, also da. Da wollen sie dann immer so ganz... Oh, da muss ich. Bauwerk komplett. Die dürfen jetzt alle automatisch feuern, das passt dann schon. Dann können sie überall hinknallen, wann und wie sie wollen und gut ist. So, los geht's. Bam, bam, bam. Schön rüberfliegen. Danke. Ihr Freund und Käfer. So, und wir schaffen es rüber zu Echion, wo auch lauter gegnerische Verstärkungen mit eintreffen, aber wir sind bereit. Und da hat es auch schon wieder einen Titan, ja, da greifen wir doch gleich an. Er hat aber eine große Flotte, muss ich sagen. Das wird nicht zwingend super leicht. Ihr Freund und Helfer. Nicht zwingend. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ich werde nicht versagt. Schön die Atombomben draufknallen. Ich hab was für dich. Na, das Ding kommt sonst nicht mehr. Jetzt geht's rund. Ihr Freund und Hilfe. Das wüsste ich aber. Mal sehen, wie viele Truppen die verlieren von 55 ausgehend. Das kann sehr viel sein oder auch sehr wenig. So, was sind meine schönen... Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Ah, ihr wisst schon, die Konstruktionskreuzer. Irgendwo müssten die doch sein. Weitere Forschung nötig. Ah, jetzt geht nichts mehr. Jetzt bin ich dann am Ende. Bauwerk komplett. Okay. Da hinten? Aha. Wieso waren die denn da? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Unsere Verstärkung greift in die Schlauze ein. Komplett zerlegt, Herrmann. Komplett zerlegt. Ah, es schaut doch gut aus. Komplette Zerlegung. Freut mich, dass das so läuft. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Ihr habt den Commander gehört. So, jetzt rennen wir da doch mal rüber. Irgendwann muss ich diesen Weg ja mal... Hört mal her, ihr Fliegerasse. Wer braucht Luftunterstützung? Ja, genau. Was jetzt, Commander? Bereit für die vorderste Freude. Wäre besser gewesen in einer geschlossenen Formation, aber das wird schon fassen. Hoffe ich mal. Ihr Freund und Helfer. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ausgezeichneter Plan. Wer braucht Luftunterstützung? Naja. Haben wir den Planeten jetzt? Wir sind bereit. Schön kaputt machen, ja. Unsere Flotte wird angegriffen. Da passt halt wirklich bloß. Alex Sascha stiehlt Einkommen. 40 Prozent. Oh, schön. Ich zeige mal, wie viele Raketenbatterien ich dann geballert habe. Und jede von denen macht halt dicken Schaden. Das ist schon sehr nice. So, der Planet wird zerbummt bis zum Geb nicht mehr. Geben Sie den Befehl. Und dann führen wir jetzt als nächstes die Gruppe zusammen und dann rennen wir nur noch überall durch. Ja, genau. Einfach nur noch durchrennen und gut ist. So. Kolonialschiff. Da können wir ein paar bauen. So. Das passt. Hier muss ich noch das machen. Ja. Das wüsste ich aber. Also das wüsste ich wirklich. Hier habe ich noch gar keine Konstruktionskreuze. Das ist natürlich auch traurig. Na jetzt, so. So, die Piratenbasis muss werfen. Wer braucht Luftunterstützung? Ich meine, ich verliere schon ein bisschen was. Ja, aber... Was jetzt, Commander? Interessiert das? Nein. Es interessiert wirklich nicht. Nicht ausreichende Metalle. Mehr Kristalle benötigt. Ups, das war ein bisschen zu viel gekauft. Naja. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo denn? Berechne Sprungkoordinaten. Hät hier ein paar Magnetminen. Energie auf den Phasenantrieb. Aber das ist alles in Ordnung. Commander an Deck. Ich würde sagen, das passt. Was jetzt, Commander? Bereit für die vorderste Front. So, den habe ich tatsächlich angeschlossen. War aber auch gar nicht mein Ziel, ne? Bombastafel meldet Bereitschaft. Ich verstehe. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich bin gespannt. Hau mal die mal alle weg. Unsere Flotte wird angegriffen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Pew, 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 pew. Alter, da bringen sie mir nichts mehr. Ich weiß ja gar nicht, wie die da herkommen oder hinkommen oder kommen. Ich weiß es nicht. Alter, lassen wir es dann einfach mal decken. Unser Planet wird belagert. Ich dachte nämlich, die wären Teil von dem Zeug hier. Aber anscheinend nicht. Hört mal her, ihr Fliegerasse. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Naja. Ich werde nicht versangen. Wer braucht Luftunterstützung? Planetenentwicklung abgeschlossen. Wer braucht Luftunterstützung? Ah, okay, jetzt verstehe ich, wie das war. So, so, okay. Commander an Deck. Ihr Freund und Helfer. Ihr Freund und Helfer. Ihre Befehle, Kommandant. Wir sind bereit. Ihre Befehle, Kommandant. Schauen wir mal. Hat Fernsensor. Das ist doch schön. Zeit zum Handeln. Wir sind bereit. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Geben Sie den Befehl. So. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Dann machen wir das doch mal so. Planetenentwicklung abgeschlossen. Passt. Handelsdingsbums. Raffineriedingsbums. Handelsdingsbums. Noch ein Handelsdingsbums. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. Da gehen einige Handelsdinger, ne? Wir sind bereit. So, plötzlich wieder bei 200. Da ist einiges gestorben. Berechne Sprungkoordinaten. Ich weiß ja nicht wie, warum und weshalb, aber naja. Werden wir schon sehen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Könnte auch durch die Minen sein. Ich meine, das kommt man zwar vor. Da verliert man halt was. Wer braucht Luftunterstützung? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich glaube, das sind ein paar Klägerkompotetier. Ihre Befehle, Kommandant? So, die schießen alle noch. Sehr schön. Die da unten müssten auf dem Weg sein. Die Kreuzer, die Trans-, die Dings. Ich weiß aber nicht, wo sie sind. Das ist das Problem. Kolonieschef. Pass. Ach, habe ich jetzt hier Kolonieschef? Wohin, Commander? Übermittlung empfangen. Ich weiß es noch nicht. Ich mache das jetzt einfach irgendwie. Es ist mir so egal, was die für einen Auftrag haben. Ich werde diesen Auftrag nicht erledigen, weil nö. Einfach nur, weil nö. Massive Weigerung meinerseits. So, jetzt macht es da mal einen dicken Angriff und gut ist. Schlachtschiff. Blub, blub, blub. Eigentlich schaut das ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ja. Müsste passen. Müsste, sollte, könnte. Die springen als nächstes wieder. Und gut ist. Handelsschiff. Da sind die Konstruktionskreuze. Das sind halt sehr langsam, ne? Wo sind sie da hin? Ah, schaut's mal, hier muss ich noch. Hier muss ich ja auch noch bauen. Ach, Göttchen. Äh, nicht, nicht einfach hier. Aber die 40, die kriegt man auch noch hin, oder? Sollte. Sollte. Zusätzliche Credits benötigt. Na komm. Unsere Flotte wird angegriffen. Ja. Gar nichts wird, die. Der Planet Kürtcher war noch mal in. Aber ne Sternenbasis hat er noch. Also die sollte man noch weg. Aber ich glaube, für heute lasse ich es auch gut sein. Speichere es hier ab. Und speichere auf den Safe Stat. Und dann bin ich für heute auch wieder fertig. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.